Willkommen zu Let's Play X-Men Arcade Together, mit den aufkopierten, aber selten gebrauchten. Hallo und die, holo rö. Ich war jetzt ein bisschen sehr hart verwirrt, dass die so schnell darauf reagiert hat. Ich kenn doch Lyra. Hallo, hallo, hallo. Alles schlimm ist. Ich hab früher in den 90ern oft tatsächlich in Italien gezockt am Market Automaten, fand ich richtig geil. Ich glaub, ich hätte Storm, die möchte ich wieder haben, hab das Spiel nie durchgespielt. Das machen wir jetzt. So, ich kaufe da erstmal ein paar Münzen rein, haben wir eine Konanzeige. Oh, gut, dass das auch nicht so gut ist. Jeder hat seine eigene, oh, komm, dann machen wir alle mal 50 und jeder hat los, wie ich sind. Boah, Punktlandung. Und noch die muss von Storm runter. Obwohl, nein, Conor ist auch cool. Bin ich drei? Ich bin zwei. Oh, Zeit zu Ende. Ich hab auch Conor. Ich nehm dich. Ich nehm dich. Boxen. Schießen. Spring. Okay. Ich find's ja süß, wie klein die Sentinels hier sind. Oh, und Special. Ist Spring bei euch auch ein Vorwärtssprung? Äh, ja. Tatsächlich ja. Okay, verrückt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Auf die Mütze. Aber ich hab auf jeden Fall den besten Call gemacht mit dem Charakter. Guck da, ich meine Cheeks. Ich hab jetzt einfach schon gewonnen. Oh mein Gott. Den spielst du? Ich hab grad verloren. Ja. Wir brauchen eindeutig mehr Gegner. Wer ist denn Storm? Ich bin Storm. Und Cyclops? Das bin ich. Und wer zum Henker ist das, den du da spielst, Barrix? Ezra. Kenn ich nicht. Mann, du kennst ja gar nichts. Das ist die mit dem Po-Wacken. Ach so, stimmt. Die anderen haben ja keine. Und warum ist Samus Aran hier drin? Haben wir das, was ich am Beantworten? So geklont. Mehr als einmal. Pack. Was zum? Die du noch für die anderen Tasks, aber durch. Ja, komm. Ja, komm. Ich hab super special. Die das eigentlich Leben hat, oder sowas? Ach, da, du hast eine Anzeige. Ich hab noch mal eins und die hat schon alle verbraten. Oh. Ja, ich kann nicht mehr Laser schießen. Dann nicht. Wo ist so eine Anzeige? Ach so, ah, da, da. Ah, hier ist das. Das blinkende mit der Mahlzeit, denkst, ne? Die blaue Murmel. Murmelschien. Das ist ja überhaupt kein Stück chaotisch. Oh mein Gott. Wo kommt das denn her? Totgedalt. Da. Wer ist er denn jetzt? Ich gewinne keinen Blumentopf. Was? Soll das Fireman sein? Das ist Fireman. Das ist nicht Mega Man. Wie hießen denn nochmal? Da hatten Iceman und... Ach, Pyro war das, ne? Kann ich ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich meine, er hieß Pyro. Da konnte er vorher auch nicht erschaffen, sondern nur verändern. Ist auch ne schwache Kraft, ne? Joa. Joa. Vorher hat's selber. Die B-Ware quasi. Sag mal, ist der ein bisschen hyperaktiv, der Junge? Der hübscht ganz schön viel, ne? Mhm. Oh mein Gott. Oh, ich hab gewonnen. Oh, ich hab gewonnen. Ich wollt gerade. Technodromen los sind wir jetzt. Weiß auch auf das hinauslaufen, wer der. Das ist mein Lieblings-Remix gerade. Das hier hat mich jetzt irgendwie an Man of Arms aus He-Man. Man at Arms, Entschuldigung. So, Storm hat irgendwie die geilste Fähigkeit, kann das sein? Einfach mal alles wegföhnen. Äh, ich hab nur diesen... Wo ist das? Ah. Laser. Ja, und ich hab nur so einen komischen, schrägen Sprung in bunt. Oh, du kannst ja auch hier auf dem Fußball rumhupfen. Oh, das will ich. Das ist doch der Technodrom, oder nicht? Oh, das wollte ich gar nicht. Wenn Pech haben, gehen wir gleich in der Zeit zurück. Mhm. Dem hab ich die Knieschein zertrümmert. Das gefällt mir. Oh, komplett neue Gegnertypen. Okay. Oh, Energy. Ah, Joik. Ein, oh! Ich hab das zurück, Dessla. Niemals. Ich bin der beliebte X-Men von allen. Oh, mein. Das kann ich sogar behaupten. Dessla. Hast du das gemacht? Also, ich bin nicht der einzige von uns vier, der Dessla nicht kennt, ja? Ja, du hast doch die X-Men-Serie auf DVD oder so. Ja. Ja, tu mir einen Gefallen, schau sie doch gleich mal komplett durch. Natürlich. Schau mal, ob Dessla irgendwo auftaucht. Das würde mich mal interessieren. Was ist ihre Spezialfähigkeit, Felix? Was macht die dann? Äh, warte. Kannst du zeigen? Wahrscheinlich. Was ist die Elektro-Tante, die aus der Zeichner-Serie? Da wüsst du nicht mehr, wie die heißt. Esla. Esla. Wenn die das ist. Aber in den Filmen, zumindest in den ersten drei, taucht die nicht auf. Du war ja auch Publikums-Liebling. Du bist das richtig gestoppt. Du meinst, das ist ein Publikum. Du meinst, das ist ein Publikum. Die Drogen sind liegen da vorne. Mario kriegt die nicht. Alter, das ist doch eins zu eins. Er geht nur drum hier jetzt. Oh mein Gott, das ist ein Publikum. Oh Gott. Mein Laser ist gar nicht so schwach. Ich nehme es zurück. Ich finde... Er macht das schon. Steh auf. Oder bleibt sitzen. So haben wir vom Mops-Man keine Lebens-Naggie-Anzeige. Oh, das finde ich auch sehr. Muss spannend bleiben, ne? Achso, die blinken dann, ne? Aber er blinkt schon ein bisschen. Oh, auf den Smack-Groo. Welche Mutants sollen das jetzt sein, ihm hier vermöbeln? Ja. Könnte es Blob sein? Ich habe gewonnen. Könnte der Blob sein, ah? Ich schneide euer Ich-Hab-Gewonnen einfach raus. Oha. Wieso blutet er denn? Das wäre schon gespuckt. Destroy it. Oh, Vakus Castle. Ja. Schon mehr. Wir haben mehr als 6 guten Coins dabei. Ich glaube, ich habe 25 reingeworfen. Wir haben wirklich ein neues Gegner-Sprite jetzt. Krokofanten. Krokofan. Ja, das gibt nichts mehr. Krokofile. Ne. Auf jeden Fall sind es viele Krokos. Krokophilie ist, äh... Krokofan. Krokofan. Oh Gott. Oha? Ja. Oha. Ja. Oha. Du kannst dich von deinem Monatsgehalt verabschieden. Nein, ich muss mit meinem Laser nicht treffen. Ist okay. Ist optional. Das gab zwei Leben pro Münze, ne? Ich meine, ja. Ja, ich glaube auch. So Gott. Aber viel spielerische Tief ist hier nicht drin, ne? Ja, gut, aber die Bietung ab sehr gut, mehr nach 95, 96, die waren dann doch schon mit Special Moves, also ein Gedöns. Ja, genau, Special Moves. Nee, sowas meine ich nicht. Ist man wirklich, dass du wie so ein Hadouken so eine Eingabe machen musst und dann passiert irgendwas. Oh ja. Ich habe ja sogar ganz schön viel Schaden. Oh, Energy und Mutant Power. Ihr seid doch alle voll. Voll gut sind wir. Ja. Sag mal, sind wir auf der Insel gelandet, wo hier Magneto's Basis ist? Das ist so ein Dschungelgedöns davor, oder? Ach, das M steht für Magneto. Okay. Was machst du denn? Magnetino? Ja, Mario. Ganz klar. Oh Gott, komm her, der Herr. Wer hat ihn geschleudert? Oh, Mutant Power. Mutant Power. Deun. Oh Gott. Oh Gott. Ich stelle mich nicht gut an. Und ja, ja, ich weiß. Ich stelle mich nie gut an. Dankeschön. Kneif doch den Kommentar. Klassik. Sehr schön. Oh Gott. Was ist denn das denn? Meine Lieblings-Six-Men. Vischlons? Oh, du kennst die auch. Mhm. Das ist doch wahrscheinlich einer der berühmtesten Nixen. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Gott. Wer ist das denn jetzt? Er weiß, den fühle ich nicht. Ich gehe da mal hin und sehe einfach gut aus. Ich mache da schon. Ja, ehrlich. Warte. Oh mein Gott. Warum immer ich? Warum nicht? Trifft doch all die anderen. Oh. Toll, danke. Ach, toll. Nee, ich warte jetzt, bis dann hin. Oh Gott. Sie auf einen Streit. So, habe ich jetzt mal gewonnen, meine Herren. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Noch nicht. Jetzt habe ich gewonnen. Go and rescue Kitty from the cave. Okay. Warum? Wenn wir jetzt so eine Katze retten, dann werde ich ein bisschen sauer, ne? Wie? Vielleicht meint der Wolverine. Ja. Ja. Können, können. Schmurr. Mann, komm jetzt nach oben. Oh, der sprach Feuer. Ja. Ja. Ja, der Kuh fährt. Feuer war nochmal nach. Au. Gott. Sag mal, wäre jetzt die Zeit am Anfang nicht ausgelaufen, welchen Charakter hättet ihr am liebsten gespielt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht so viel Zeit, um zu gucken, weil ich damit beschäftigt war, zu schauen, welcher Cursor ich war. Ich bin auch noch überlegen, welcher jetzt noch fehlt. Ich glaube, wohl wie noch jeden Fall, ja. Und wer wäre der andere gewesen? Oh. Oh. Gute Frage. Gab es Gambit oder sowas? Oh, Gambit wäre auch nicht mal gewesen. Aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, sonst wäre Gambit wahrscheinlich meine erste Wahl gewesen. Dazzler. Mann. Ach, scheiße. Und die ganze Zeit Laser schießt, ich kann gar nicht mehr. So, wir haben den Schweizer, das ist so furchtbar. Die ganzen Pinken und Abgeburten. Ein Mann. Ja, das ist jetzt Leben verloren, aber gerechtfertigt. Das ist okay. Fahrstuhl. Klassiker. Noch nie gesehen in einem Vita-Wand. So, Gott, du hast den Raum wieder gewechselt, ja? Nein. Nein. Das kann ich von mir. Was, wo kann man das Husten her? Entschuldigung. Ach so. Schöne Grüße. Richtig auch was. Und gute Besserung. Richtig auch was. Ich will das. Kann das nicht. Nee. Gibt es doch einfach. Trink nicht. Tritt ist auch, tritt nach. Ja. Darf ich die Animationen bei Neicron am geilsten, dass er einfach auf die Linien rauf springt. Da, bums, bums, bums. Ja, definitiv. Ach, wenn man ein Leben verliert, dann steht ja immer am Charakter der Name des Charakters. Wie in so einer Sprechblase. Wie in so einer Sprechblase. Sagen die dann ihren Namen? Natürlich. Wenn eigentlich auch immer davon ausgegangen ist. Die Pokémon, die sprechen doch auch nicht anders, oder? Ist richtig. Töne es sich an die Filme. Storm, Storm, Storm. Mulverine. Wir sind's nur beruhigt. Der von euch hat mir jetzt geschrieben. Ist das ein Transformer? Nein, die Brüße zurück. Cyclops. Oh, verdammt. Tesla. Nightcrawler. Oh Gott, ich bin gleich schon wieder tot. Dorm. Ja, der hofft ein bisschen Schaden raus in der Eintritt. Das wird jetzt aber durchgezogen. Cyclops. Das bin ich sehr oft. Boah, ganz schön ehrlich schon. Lautschen. Nightcrawler. Storm. Hat er sich tot gelacht? Ja, ist das richtig? Ja. Du bist nicht, Wolverine. Du musst den Professor residenzen. X-Men. Total. mild. Ä- Dem. Mä- 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 M. Untertitelung des ZDF, 2020